Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in der Kirche waren, aber wenn ich in Deutschland bin, besuche ich natürlich gerade im Bodenseeraum in Allgäu die wunderschönen Kirchen. Barockstil ohne Ende und ich kann mich gut erinnern, als ich Ministrant war und mit meinen Ministrantenfreunden dann dem Pfarrer den Messwein weggesoffen habe. Heute gehe ich mit anderen Augen in die Kirche, ich bin älter geworden, aber man braucht sie, wenn man auch ab und zu mal sagt, warum soll ich in die Kirche vertreten? Ich bin durch meinen Glauben, also ganz gläubig bin ich doch nicht, aber ich bin Katholik und besuche deshalb die Kirchen hier im Großraum Bodensee und Allgäu sehr gerne. Verdringen du ich aber meine Schuldgefühle nicht, weil ich zu wenig in die Kirche gehe. Es ist meine eigene Entscheidung, es zu tun.